Nach 18 uberösterreichischen Besuchern sind nun auch in Niederösterreich 38, in Salzburg 5 und in der Steiermark 22, in Kärnten 6 und in Tirol vier Besucher des Festivals Austriakos-Sritsche auf der kroatischen Insel Park nach ihrer Rückkehr positiv auf Corona getestet worden. An die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltungen geht seitens der Corona-Krisenstäbe der Bundesländer ein Aufruf zur Selbstbeobachtung bzw. die Aufforderung, sich testen zu lassen. Beim vom 17. bis 24. Juli über die Bühne gegangenen Festival sollen rund 19.000 Menschen aus Österreich mit von der Partie gewesen sein. Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist mit Bussen oder dem eigenen Pkw hin- und retourgefahren, heißt das in einer Aussendung des Landespressedienstes Niederösterreich. Im Falle von auftretenden Symptomen sollen die Besucherinnen und Besucher nun umgehend die Telefonische Gesundheitsberatung 1450 kontaktieren. Als Anzeichen werden Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockener Husten sowie plötzlicher Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinnes genannt. Der Gesundheitsbehörden in Salzburg sind am Mittwoch zunächst fünf bestätigte Fälle im Bundesland bekannt, die klar auf den Besuch des Festivals zurückzuführen sind. Das Land veröffentlichte darum am Mittwochnachmittag einen Aufruf, in dem alle Heimkehrer vom Austria-Ghost-Sritsche ersucht werden, sich testen zu lassen. In der Steiermark werde bisher bei 22 Personen das Virus nachgewiesen, 15 davon aus der Stadt Graz. Die Zahl der Reiserückkehrer in Oberösterreich, die das Festival besucht haben und positiv auf Corona getestet wurden, ist von Dienstag auf Mittwoch von 11 auf 18 gestiegen. Das Kontaktpersonenmanagement läuft. In Tirol wird nach den vier Infektionen ebenso ein öffentlicher Testaufruf unternommen. In Kärnten sind seit Wochenbeginn sechs Infektionen von Personen registriert worden, die Urlaub auf der Insel Park gemacht haben.